In diesem Video gehen wir der Frage nach, wird künstliche Intelligenz Kunst und Design übernehmen? KI-Krimis mit Dr. Jaromir Koneczny Willkommen zur neuen Folge der Videoreihe KI-Krimis der SRH Fernhochschule. In dieser Reihe stellen wir euch die spannendsten Entwicklungen in künstlicher Intelligenz vor, ihre Herausforderungen, ihre ungelösten Probleme. KI-Krimis Alle wichtigen Links zu dieser Folge findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Es wäre grandios, wenn ihr diesen Kanal abonnieren und euch an der Diskussion unten in den Kommentaren beteiligen könntet. Neugierig, begeisternd, menschlich. Ich heiße Jaromir Koneczny, bin Fachdozent für künstliche Intelligenz an der SRH Fernhochschule. Viel Spaß mit unserem neuen KI-Rätsel. In diesem Video gehen wir der Frage nach, wird künstliche Intelligenz Kunst und Design übernehmen? Zu dieser Frage hat mich ein Beitrag bei Heise Online motiviert, der im August 2022 unter der folgenden Schlagzeile erschien. Tod der Kunst. Von KI generiertes Bildgewinn Kunstwettbewerb in den USA. Diese Siegerbild des jährlichen Kunstwettbewerbs der Colorado State Fair trägt den französischen Titel Theatres d'Opera Spatial auf Englisch Space Opera Theater. Diese Fantasy-Szene wurde von Jason Allen mit Hilfe des Text-to-Bild, Text-to-Image Models, My Journey kreiert. Auf diesem Bild seht ihr Community-Showcase von My Journey. Wenn ihr mit My Journey spielen wollt, ist der My Journey Server bei Discord eine hübsche Informationsquelle. My Journey gehört zu generativen Text-zu-Bild-Deep-Learning-Modellen, Text-to-Image Models, wie DALI 2 von Open AI, Stable Diffusion von Stability AI und Imagine von Google. Text-zu-Bild-Modelle erzeugen nach einer Textaufforderung Bilder von manchmal unglaublicher Schönheit. Die Textaufforderung heißt auf Englisch prompt und da in Kürze die Würze liegt, verwende ich ab jetzt für die Textaufforderung an DALI 2 und andere generative Modelle das Wort prompt. Das Wort wird momentan sowieso von der ganzen Welt verwendet. Bis auf die Screenshots der Artikel, Blog und Webseiten wurden nahezu alle Abbildungen dieses Videos nach meinen Prompts von Text-zu-Bild-Deep-Learning-Modellen erzeugt, vor allem von DALI 2 von Open AI. Oft zitiere ich hier meine Prompts wörtlich, jedoch meist in ihrer deutschen Übersetzung. Die Original-Prompts waren auf Englisch. DALI 2 erzeugt zwar Bilder auch nach deutschsprachigen Prompts, doch kann es besser Englisch. Das bunte kubistische Gemälde eines Roboters, der Geige spielt, hat DALI 2 links nach einem deutschen Prompt gemalt, rechts nach einem englischen. Bevor wir untersuchen, ob Kunst und Design von Text-zu-Bild-Deep-Learning-Modellen übernommen werden, können wir schon jetzt sagen, dass Kunst dank dieser Modelle momentan explosionsartig demokratisiert wird. Auf Discord und Instagram brodelt es vor Kreativität. Abertausende Menschen auf der ganzen Welt malen mit Hilfe der generativen Modelle neue und neue originelle Bilder. Nach guten Prompts wird wie zu Goldfieberzeiten wie nach Gold gebuddelt. Ich selbst bin für die bildende Kunst völlig unbegabt. Als ich für meinen fünfjährigen Sohn eine Katze zeichnete, sagte mein Sohn, die Katze sehe wie ein Pferd aus. Bin ich jetzt auch Künstler, wenn ich mit Hilfe von Stable-Diffusion Bilder wie das Linke im Stil von Kaspar David Friedrich malen kann? Oder mit Hilfe von DALI 2 das Rechte im Stil des Metropolis-Filmposters? Nach dem Prompt ein menschenähnlicher Roboter gibt Blumen einer geheimnisvollen Dame. Nur unter uns, die Bilder sehen krass kitschig aus. Aber schön sind sie schon. Nachdem das Bild Space-Oper-Theater von Jason Allen und My Journey beim Kunstwettbewerb in Colorado im August 2022 siegte, wurde die mediale Welt in die Wallung gesetzt und die Kunstwelt auch. Wieder mal wurden Ängste vor künstlicher Intelligenz geschürt. Sogar die New York Times brachte einen langen Artikel darüber, den sie folgend betitelte. Ein von K.I. erzeugtes Bild gewann einen Kunstpreis. Künstlerinnen und Künstler sind nicht glücklich. Warum sind Künstlerinnen und Künstler nicht glücklich, wenn eine Maschine ein schönes Bild malt? Sind sie nicht glücklich, weil plötzlich Millionen Menschen auf der Welt mit solchen Deep Learning Modellen Bilder kreieren können, die wie originelle Kunstwerke aussehen? Sogar Digital-Künstlerinnen, die ihre Bilder mit Hilfe von Photoshop kreieren, zeigen sich bestürzt. Werden ab jetzt Maschinenbilder ganz selbst malen? Nachdem Jason Allen bei Discord sein Siegerbild gepostet hatte, wurde es auf Twitter mit dem folgenden Tweet gezeigt. Jemand hat mit einem K.I. generierten Stück an einem Kunstwettbewerb teilgenommen und den ersten Preis gewonnen. Ja, das ist verdammt beschissen. Ein Kommentar zu diesem Tweet lautete, Wir beobachten, wie sich der Tod der Kunst direkt vor unseren Augen entfaltet. Wenn kreative Jobs nicht vor Maschinen sicher sind, dann laufen sogar hochqualifizierte Jobs Gefahr, obsolet zu werden. Was werden wir dann haben? Beobachten wir aber wirklich, wie sich der Tod der Kunst vor unseren Augen entfaltet? Sollte die Kunst tatsächlich sterben, würden Maschinen sicher mittrauern. Auch dieses Bild wurde von DALI 2 gemalt. Ob Text-zu-Bild-Modelle wirklich das Ende der menschlichen Kunst und des menschlichen Designs bedeuten, entscheiden wir am Ende dieses Videos. Ihr könnt aber auch selbst mit Text-zu-Bild-Modellen DALI 2, My Journey und Stable Diffusion spielen und ausloten, ob sie wirklich eine solche Gefahr für die Kunst darstellen. Dieses Video liefert euch hoffentlich einiges an Inspiration dazu. Einige Bilder könnt ihr DALI 2 kostenlos kreieren lassen. Danach zahlt ihr 15 Dollar für 115 Kredits. Mit einem Kredit kann man von DALI 2 mit einem Prompt vier verschiedene Bilder generieren lassen. Wie ich diese vier Bilder mit dem Prompt Leonardo da Vinci mit einem iPhone. Ich war begeistert, wie begeistert sich Leonardo vom iPhone zeigte. In der DALI-Epi von OpenAI, auf der Labs OpenAI.com Webseite, steht oben links meine Textaufforderung, mein Prompt. Leonardo da Vinci mit einem iPhone. Rechts seht ihr meine unzähligen Versuche, bestimmte Bilder zu erzeugen. Die Beta-Version des Stable Diffusion Dream Studio Lite ist noch viel billiger als DALI 2, kann aber meiner Meinung nach nicht so viel wie DALI 2. Das kann sich aber bald ändern. Das Beste an Stable Diffusion ist, dass das Modell Open Source ist. Jeder Mensch kann den Code und die Gewichtungen kostenlos selbst implementieren und sich Stable Diffusion selbst basteln. Im Netz gibt es einige Anleitungen für Stable Diffusion Implementierungen, zum Beispiel auf Hugging Face mit PyTorch oder auf GitHub mit TensorFlow und Keras. Wenn ihr keine PyTorch oder TensorFlow-Keras Umgebung installieren und euch nicht einmal ansatzweise mit Python herumschlagen wollt, dann empfehle ich euch das oben erwähnte Dream Studio. Es arbeitet zwar dilettantischer als DALI 2, kann aber etwas mehr Stile nachahmen. Zumal Stable Diffusion ein futuristisches Auto in Jugendstil. Wie Text-zu-Bild-Modelle wie DALI 2 funktionieren, habe ich allgemein verständlich und zusammenfassend im Video dieser Reihe Kann KI kreativ vorgestellt. Bevor wir die Frage des heutigen Videos zu beantworten versuchen, ob künstliche Intelligenz Kunst und Design übernehmen wird, sollen wir nur kurz die für unsere Fragen wichtigsten Grundlage dieser Modelle kennenlernen. Was können diese Modelle überhaupt? Die Werkzeuge der Kunst mit künstlicher Intelligenz sind Deep Learning Modelle, Transformer und Diffusionsmodelle. Transformer-Sprachmodelle haben wir in dieser Videoreihe öfter diskutiert. Tiefgehend und gut verständlich in generative Diffusionsmodelle tauchen, könnt ihr auf der Webseite Assembly AI. Auch die gesamte Funktion von DALI 2 ist von Ryan O'Connor auf Assembly AI wunderbar erklärt. Wer sich noch tiefgehend damit DALI 2 auseinandersetzen möchte, sollte unbedingt den Original DALI 2 Artikel der Open AI Forscher lesen, Hierarchical Text Conditional Image Generation with Clip Latence. Wichtig für uns ist nur, dass für die Verbindung zwischen der Bedeutung einer Bildbeschreibung und eines Bildes ein Modul von DALI 2 verantwortlich ist. Clip – Kontrastiv Language Image Pre-Training. Clip wurde an 400 Millionen Paaren von Bildern und Bildbeschreibungen kontrastiv trainiert, um zu erfassen, wie Bild und eine Bildbeschreibung zusammenhängen. Kontrastiv heißt, je ähnlicher die Bild- und Bildbeschreibung Paare waren, umso höher wurde die Zielfunktion des Modells bei seinem Training bewertet. Umgekehrt wurden Bild- und Bildbeschreibung Paare umso niedriger bewertet, je weniger sie zusammenpassten. So hat Clip gelernt, Bilder und Bildbeschreibungen nach dem Maß für die Ähnlichkeit ihrer Bedeutung zuzuordnen. Das kontrastive Lernen funktioniert mit Hilfe der Cosinus-Ähnlichkeit, die bei Deep-Learning-Sprachmodellen eine herausragende Rolle spielt. Und jetzt gebe ich den Deep-Learning-Enthusiasten unter euch einen Tipp. Wenn ihr Deep-Learning gut verstehen wollt, solltet ihr lineare Algebra, Vektoren, Matrizen und Tensoren kennen. Mal sagte ein Freund mir, sowas brauche man nicht. Das stimmt aber nicht. Vektoren sind Pfeile, die in die Zukunft weisen. Das habe ich schön gesagt, oder? So sieht DALI 2 einen Vektorraum im konstruktivistischen Stil. Von Vektorräumen und Mathe hat DALI 2 aber keine Ahnung. Ich musste mir zig verschiedene Prompts mit dem Begriff Vektoren ausdenken, bis DALI 2 etwas Vorzeigbares malte. Beim Training von DALIs Modul Clip werden Bildbeschreibungen und Bilder mit Hilfe von Transformer-Modellen entsprechend ihrer Bedeutung in Vektorräume eingebettet. Mit solchen internen Kodierungen von Bildern und Bildbeschreibungen, ihren Einbetungen, Embeddings in Form ihrer Vektoren kann dann gerechnet werden. Je ähnlicher Bedeutung eine Bildbeschreibung und ein Bild tragen, umso ähnlicher sind ihre Vektor-Einbetungen. Solches kontrastive Lernen seht ihr hier auf dem Bild eines anderen Artikels der OpenAI-Forscher. Oben werden die Bildbeschreibungen eingebettet bzw. kodiert. Hier zum Beispiel PEPA, der australische Welpe. Unten werden die Bilder kodiert. Die einzelnen T's und I's sind die vektoriellen Einbetungen der Bildbeschreibungen. T's, Text und Bilder, I's, Images. Das Modell wird so trainiert, damit die Text- und Bildeinbetungen sich möglichst gut entsprechen. Dann ist ihr Skalarprodukt und somit ihre Kosinus-Ähnlichkeit sehr hoch. Wenn die Bildbeschreibung perfekt zum Bild passt, liegt ihr Skalarprodukt direkt an der Diagonale. Eben dieses kontrastive Lernen ermöglicht es DALI 2, zu einem bestimmten Prompt mehrere Bilder zu erzeugen. Wenn wir mit demselben Prompt nur einmal Bilder generieren, bekommen wir wieder andere Bilder. Nie dasselbe Bild. So wie wenn ich tausend Malerinnen sage, mal eine Katze mit einer Schüssel Erdbeeren. Jede Malerin und jeder Maler eine andere Katze malt. Die klassischen Bilderkennungsmodelle des Deep Learnings sind konvolutionale neuronale Netze. Convolutional Neural Networks, CNN. CNN, wie zum Beispiel ResNet, orientiert sich bei der Bestimmung von Bildern nach ihrer Textur, das heißt nach der Beschaffenheit ihrer Oberfläche. Eine Katze, die der Mann die Haut eines Elefanten anzieht, wird von einem CNN als Elefant klassifiziert. Das haben Forscher aus Tübingen herausgefunden. Unser visuelles System wurde dagegen im Laufe der Evolution eher an der Form und an den Umrissen der Gegenstände und Tiere trainiert. Darüber hinaus wurde diese Erkennung mit unserem gesunden Menschenverstand, Common Sense unterstützt. Wenn Urmenschen in der Dämmerung nicht einen Säbelzahntiger erkannten, wurden sie gefressen. Klip scheint dank seinem kontrastiven Lernen die menschliche, abstraktere Bilderkennung besser nachahmen zu können als klassische konvolutionale Netze wie ResNet. Das kann man an einem Vergleich der Bilderkennung von ResNet und Klip im Blogbeitrag von OpenAI-Forschern Klip Connecting Text and Images sehen. Bei den normalen farbigen Fotos der ImageNet Bilddatenbank haben ResNet und Klip Bilder von Bananen etwa gleich gut erkannt mit 76,2% Erkennungsrate. Beim Bilddatensatz ObjectNet gibt es Bananen in diversen Positionen und mit verschiedenen Hintergründen. ImageNet Rendition und ImageNet Sketch enthalten noch abstraktere Bananenbilder. ImageNet Sketch nur einfarbige Zeichnungen von Bananen ohne Farbe und Textur. Abstrakter, dargestellte Bananen erkennt Klip mehr als doppelt so gut wie ResNet. Bei ImageNet Adversal mit mehr oder weniger getarnten Bananen zeigt Klip sehr gute Bilderkennung, während das konvolutionale neuronale Netz ResNet hier völlig versagt. Dank Klip kann Dali 2 ganz gut Bilder, den Bildbeschreibungen zuordnen. Welche Bilder kann es aber erzeugen? Was kann Dali 2? Hat Dali 2 die Fähigkeiten von menschlichen Künstlerinnen? Ihren gesunden Menschenverstand, ihre originelle Absicht, ein Kunstwerk zu erschaffen, ihre Fähigkeit, eine ins letzte Detail durchdachte Komposition zu kreieren, ihren Sinn für den Kontext des gesamten Bildes, ihr künstlerisches Verlangen und seine Botschaft zukommen zu lassen, deren Deutung uns vom Hocker reißt und uns dann verleitet, den Künstler oder die Künstlerin entführen zu wollen und sie in unserer Wohnung in einen Blumentopf zu pflanzen, damit sie für immer nur für uns malen? Ihre Kreativität? Sind Text-zu-Bild-Deep-Learning-Modelle Konkurrenten? Werden sie zum Tod der Kunst und des Designs führen? Schauen wir uns zuerst doch an, was Dali 2 kann, was es aber auch nicht kann. Zuerst kann das generative Modul von Dali 2 nur Bilder generieren, deren Merkmale und Stile im Trainingsdatensatz von Klipp enthalten waren. Einen Roboter zum Beispiel, der ein Pferd reitet, im Stil des Futurismus, weil Klipp bei seinem Training sicher eine Menge Roboter-Merkmale lernte, die das Modell jetzt auf abertausende Arten zusammensetzen kann. Genauso konnte Klipp alle bekannten Kunststile lernen, zu denen Futurismus gehört. Kennt sich Dali 2 aber auch mit wenig bekannten Stilen aus? Die einzige tschechische Avantgarde war der Poetismus der 1920er Jahre. Hier wollte man die Poesie zum Leben und das Leben zur Poesie machen. Nach dem Maler und Illustrator František Musica sollte ein Bild ein gemaltes Gedicht sein. Eine große Rolle spielten im Poetismus Motive wie Reisen, exotische Gegenden, technologischer Fortschritt, Film, Zirkus, Unterhaltung. Links auf dem Bild seht ihr, wie einer der Protagonisten und Theoretiker des Poetismus, der Architekt, Typograf und Illustrator Karl Teige, den Buchstaben S in seinem Abeceda, Alphabet, beziehungsweise ein Abezebuch, eine Fibel, sah. Nach Teiges Anleitung tanzte die Tänzerin Milcha Mayrova für jede Seite der Fibel einen anderen Buchstaben des Alphabets. Abeceda ist eines der berühmtesten Fototypo-Bücher des 20. Jahrhunderts und im Antiquariatshandel einige tausend Euro wert. Rechts ist ein Buchumschlag des künstlerischen Duos Stiersky und Toyen abgebildet. Der Titel des Buches, Rosto Cenejeviste, kann man nur ungenügend mit turbulenter Bühne übersetzen. Auf dem Umschlag sieht man gleich einige Stilmittel des Poetismus. Theater, Zirkus, Varieté, Unterhaltung und sogar neue Technologien in der Gestalt eines Roboters und es bereits im Jahr 1925, nur vier Jahre nachdem das Wort Roboter von einem anderen Prager, Karel Čapek, erfunden wurde, als die meisteröstliche Welt noch nicht wusste, was ein Roboter war. Das Pech der tschechischen Poetisten ist, dass der Poetismus als Avantgarde und Stil bei weitem nicht so bekannt ist wie eben der Futurismus. Sicher wurde deswegen Dali II nicht Bildern des Poetismus und ihren Bildbeschreibungen trainiert. Sehen wir uns also an, wie Dali II eine Landschaft im Stil des Poetismus generiert. Aha, auf keinem der von Dali II generierten Bildern sieht man ein einziges Versatzstück des Poetismus. Dali II kann nur Stile, deren Merkmale es gelernt hat. Wie ist es aber mit Bildern von wenig bekannten Objekten? Mittlerweile ist es schwierig, ein Objekt oder ein Tier zu finden, das im Internen nicht tausende Male abgebildet ist und wahrscheinlich nicht im Trainingsdatensatz von Klipp war. So ist mir Klick-Klack eingefallen, das auf Englisch als Klackers bekannt ist. In der sozialistischen Tschechoslowakei der 70er haben wir die Lehre mit Klick-Klack in den Wahnsinn getrieben. Gleich wurde Klick-Klack verboten und wir mussten mit dem Spielzeug in den Untergrund. Ein paar Bilder von Klackers findet man zwar auch heute, wenn man danach googelt, nicht aber allzu viele. Klick-Klack ist nicht mehr der alles umfassende Wahnsinn wie damals. Deswegen wurde wohl auch Dallis Clip nicht so ausgiebig mit Klick-Klack trainiert, um die Merkmale der Funktion von Klick-Klack zu erfassen. Hier seht ihr Dallis Versionen eines Jungen mit Klick-Klack. Auf allen vier Bildern hatten die Jungs etwas rechtstimmig in den Händen, doch etwas völlig Sinn und Funktionsloses. Dallis hat zwar einige Bilder von Klick-Klack gesehen, doch nicht genug, um die richtigen Merkmale von Klick-Klack zu erfassen. Würden menschliche Künstlerinnen oder Designerinnen so sinnlos ein Spielzeug auf eine Leinwand klatschen? Wenn menschliche Künstlerinnen etwas für uns Sinnloses malen, verstehen nur wir den Sinn nicht. Der Künstler schon. Sehr oft zumindest. Klar lernt ein Text zu Bild, Modell, Bilder richtig zu komponieren, aber auch das nur im Rahmen der Kompositionsmerkmale, die es von Menschen und der Natur an Hunderten von Millionen Bildern abgeguckt hat. Auch das ist ein Hinweis, dass künstliche Intelligenz nicht wie ein Mensch etwas erschafft oder denkt. KI kann nicht denken, egal wie ein Deep-Learning-Modell durch eine überaus komplexe Zusammensetzung von für uns unsichtbaren Merkmalen den gesunden Menschenverstand nachahmen kann, es hat keinen. Es hat ihn nur bei seinem Training an Abermillionen Paaren von Bildern und Bildbeschreibungen nachzuhaben gelernt. Ein Deep-Learning-Modell ist kein Künstler, es ist ein Nachahmer des Menschen. Wie das hierarchische Repräsentationslernen der Deep-Learning-Modelle funktioniert, habe ich schon in etlichen Videos dieser Reihe besprochen. Dieses Lernen von Merkmalen jeder Stufe der Abstraktion zeigt aber auch etwas anderes Wichtiges. Besteht es mit den Autorenrechten der Kunstwerke, an denen diese Modelle lernen? KI bedroht Künstlereigentum, teilt uns eine Schlagzeile der FAZ mit und schreibt im Untertitel, Illustratoren und Comic-Zeichner fürchten deshalb um ihre Jobs und fühlen sich um ihre Ideen und ihren Stil betrogen. Dass das nicht ganz stimmt, kann ich gleich zeigen. Eine Ermittlung von visuellen Merkmalen der Deep-Learning-Modelle wurde dem visuellen System in unserem Gehirn abgeschaltet. So wie ihr das bei der Merkmalsvisualisierung der Google-Forscher auf der Distil-Webseite seht, in der ersten Neuronenschicht werden rudimentäre Merkmale wie Kanten in verschiedenen Richtungen ermittelt. Diese Striche werden in den tieferen Schichten von Neuronen zu Texturen, tiefer zu Mustern, noch tiefer zu Teilen zusammengesetzt, bis in der tiefsten Schicht eines neuronalen Modells ganze Objekte ermittelt werden. Warum ist das wichtig? Eine Maschine ermittelt die Merkmale der beobachteten Objekte so, wie wir Menschen sie durch unsere Mustererkennung ermittelt. David Hubel und Thorsten Wiesel haben 1981 den Nobelpreis bekommen, weil sie eine solche hierarchische Verarbeitung von Merkmalen in unserem visuellen System entdeckt und das Modell der rezeptiven Felder aufgestellt haben. Dafür hatten sie ein Neuron der primären Seerinde einer Katze angezapft und zeigten der Katze Bilder. Zuerst reagierte das Neuron nicht, egal was Hubel und Wiesel ins Auge der Katze projizierten. Nach Wochen vergeblicher Mühe waren die Wissenschaftler so verzweifelt, dass sie der Katze Bilder aus Herrenmagazinen vorlegten. Aber auch das fand die Katze nur langweilig. Das Neuron sprach auf keine Bilder an. Doch plötzlich feuerte das Neuron, als einer der Forscher den Bildobjektträger vor den Augen der Katze drehte. So haben Hubel und Wiesel herausgefunden, dass das Neuron nur auf die Kante in einer bestimmten Richtung reagierte. Solche Kanten in bestimmten Richtungen werden zu immer abstrakteren Gebilden zusammengelegt, je tiefer man in die Neuronenschichten des visuellen Systems taucht. Diese Entdeckung hat Jan Lecun Ende der 1980er inspiriert, konvolutionale neuronale Netze der Bilderkennung zu entwickeln. Wenn die Blörning-Modelle Künstlerinnen um ihre Ideen und ihren Stil betrügen, indem sie Merkmale ihrer Werke lernen, dann betrügen auch diese Künstlerinnen andere Künstlerinnen, die vor ihnen da waren, um ihre Ideen und ihren Stil. Nur Künstlerinnen, die nie Kunstwerke von anderen Künstlerinnen gesehen haben, betrügen nicht. Solche gibt es aber nicht. Wenn es sie gibt, dann können sie nichts. Denn alle Menschen, die etwas Neues erschaffen, stehen auf den Schultern von Riesen. Als ich mal einen Schriftsteller fragte, welche anderen Schriftsteller er lese, hat er gesagt, keine. Er habe nicht einmal Zeit, seine eigenen Bücher zu lesen. Sein Glück, denn sie waren unlesbar. Was ich damit sagen will, alle menschlichen Künstlerinnen setzen in ihrer Kunst unbewusst Merkmale ein, die sich ihr Gehirn beim Betrachten von fremden Kunstwerken meist unbewusst erschlossen hat. Wenn ich von Dali 2 will, Guernica von Picasso zu malen, mal das Modell Guernica selbstverständlich ganz anders als Picasso und bei weitem nicht so schön und mit viel Unsinn darin, der nicht ins Konzept von Picasso passt. Das Wort Betrügen habe ich in Anführungsstrichen gesagt, weil es Quatsch ist. Schon wenn ein Kunstkritiker anmerkt, ein Künstler sei, von Pablo Picasso beeinflusst, müsste die Polizei kommen, müsste der Künstler sofort wegen des Diebstahls des geistigen Eigentums verklagt werden. Genau wie die Maschine hat er sich bei seiner Mustererkennung Merkmale von Picassos Werken erschlossen, nur weiß er nichts davon. Wohl gemerkt aber hat er Künstler nicht ein Werk von Picasso kopiert. Seine Mustererkennung ermöglichte es ihm, Bilder wie Picasso zu malen, das heißt die Merkmale von Picassos Stil einzusetzen. Nur muss er dafür einige wenige Werke von Picasso gesehen haben. Wenn er kreativ und originell ist, übernimmt er von Picasso nur so viel, um einen eigenen Stil entwickeln zu können. Ein KI-Modell muss tausende Bilder von Picasso verarbeiten und dann malt es nur wie Picasso. Etwas dem Modell eigenes kommt nicht dazu, höchstens die Beimischung der Merkmale eines anderen Stils. So wie DALI 2 ein Stillleben mit Früchten, einer Vase mit Blumen und einem iPhone malt. Ein KI-Modell setzt nur Merkmale seiner Trainingsdaten entsprechend dem Prompt zusammen, den ein Mensch kreierte. So gut, wie es dem Modell seine Entwicklungsstufe erlaubt. Wenn man das zukünftige DALI 3 an tausend Millionen Bild- und Bildbeschreibungspaaren trainiert, wird es bessere Bilder als DALI 2 malen. Im Trainingsdatensatz des Clip-Moduls von DALI 2 waren nur 400 Millionen solcher Trainingsbeispiele enthalten. Vorausgesetzt auch, die Architektur des Modells mit dem größeren Trainingsdatensatz ist besser. Und es hat so viele Parameter, einfach gesagt, ist so groß, dass es sich alle Merkmale seiner Trainingsbeispiele erschließen kann. Der Grund für diese unvergleichbare menschliche Überlegenheit in Sachen Kreativität und somit Kunst und Design sind das Wissen, das der Mensch seit seiner Geburt angesammelt hat. Sein gesunder Menschenverstand, seine künstlerische Absicht, sein Denken und vor allem sein Bewusstsein, dass all das Davorgesagte bedingt. Ein KI-Modell hat nichts davon, es kann nur nahe haben. Dass kein heutiges KI-Modell Bewusstsein hat und haben kann, habe ich aber bereits im Video dieser Reihe »Kann künstliche Intelligenz Bewusstsein haben?« gezeigt. So malt Dali II übrigens das menschliche Gehirn im Stil seines Namensgebers Salvatore Dali. Ein zu kleines Gehirn, finde ich. Fangt ihr schon an, die Frage dieses Videos zu beantworten? Kann künstliche Intelligenz Kunst und Design übernehmen? Dali II weiß nicht, was es tut. Es hat kein Konzept von irgendwas. Das sieht man auch an der Beliebigkeit seiner Kompositionen. Unbedarf bringt das Modell die Konzepte unserer Kultur und Popkultur durcheinander. Zum Beispiel ist der Begriff »Golem« in Computerspielen nahezu inflationär. Sicher kennen viele von euch »Golemgestalten« in Minecraft. Wenn ich den Prompt »Golem« in Minecraft schreibe, malt Dali II danach »Golemfiguren«, die durchaus an die aus Minecraft erinnern. »Golem.de« ist aber auch ein Online-Nachrichtenportal, eine Momental-Skulptur in Jerusalem. Außerdem gab es ein Motorola-Model »Golem« Sesselrad, Firmen tragen den Namen »Golem«, einige Musikbands auch und viele Kunstwerke. Der wahre und ursprüngliche »Golem« aber wurde einer Legende aus dem 19. Jahrhundert nach im 16. Jahrhundert in Prag von Rabbi Löw erschaffen, aus Lehm. Der Rabbi soll den »Golem« geschöpft haben, damit er Menschen im jüdischen Viertel in Prag beschütze. Somit war »Golem« auch einer der ersten Kampfroboter der Welt. Von diesem ersten »Golem« gibt es im Internet wenige Bilder, vor allem Abbildungen der »Golem« Souvenirfiguren für Touristen in Prag. Bekannt wurde »Golem« im 20. Jahrhundert durch den gleichnamigen Roman von Gustav Mehring, der kongenial von Hugo Steiner Prag illustriert wurde. Ihr düsterer »Golem« streifte durch die nächtlichen Gassen des jüdischen Viertels in Prag und verbreitete Angst. Ich habe Dali zwei »Golem«-Figuren auf diversen Reisen malen lassen, ohne einen Bezug zu ihrer eigenen Konzeptumgebung wie »Maincraft« oder »Der Golem« von Rabbi Löw im Prompt anzugeben. Nach diesem Prompt, die nicht das Konzept des jeweiligen »Golems« erwähnen, liefert Dali zwei ganz unterschiedliche, meist komische »Golem«-Bilder, wie der Prompt »Golem« aus einer Odyssee durch das Ozean zeigt. Oder hier »Der Golem« aus einer Odyssee in der Sahara. Dali zweis niedlichster »Golem« war der aus einer Odyssee im Weltraum. Wie erschließt Dali zwei sich Merkmale, die das Modell zu solch unterschiedlichen »Golem«-Bildern zusammensetzen kann? Ich habe bereits hunderte »Golem«-Bilder von Dali zwei generieren lassen, nur wenige erinnern an den düsteren, originalen »Golem« aus Prag. Oft wird den generativen Transformer-Modellen der Vorwurf gemacht, dass sie Bilder memorisieren. Das heißt, mehr als nur rudimentäre Merkmale der Bilder im Netz auswendig lernen. Ich habe mit »Google Lens« nach dem süßen blauen »Golem« im Netz gesucht. Jedoch habe ich kein Bild gefunden mit einer Gestalt, die stark an meinen blauen »Golem« erinnern würde. Obwohl Dali zwei nur Merkmale von Objekten neu zusammenlegt, lässt er uns oft staunen. Konnte Dali zwei »Golem« mit »Golem« aus der »Herr der Ringe« zusammen verwurschtelt haben? Tatsächlich gibt es im Netz viel mehr »Golem« als »Golem«-Bilder. Abertausende Arten und Abarten von »Golems«, viele »Comicartig«, die meisten verströmen, nichts Düsteres wie »Golem« aus Prag. Eher verführen sie einen zum Grinsen. Tolkiens »Golem« ist zwar eine schreckliche Gestalt, der »Golem« aus dem »Der Herr der Ringe«-Film, jedoch eher eine Comedyfigur. Mein Schatz, so fallen »Golems« aus, wenn ich sie von Dali zwei malen lasse. Hat Dali zwei bei meinen blauen »Golem« »Merkmale« von »Golems« verwertet? »Blau«, wie mein runder »Golem«, oben sind sie auch. Dabei wird im Prompt für den runden blauen »Golem« nicht gefordert. Der Prompt lautete »Golem« auf seiner Odyssee im Weltraum«, nur auf Englisch wie alle Prompts. Für ein gutes Bild von Dali zwei muss man einen kreativen und sinnvollen Prompt entwickeln. Man muss die Kunst des Prompts beherrschen. Bevor wir unser heutiges Rätsel endgültig lösen, ob künstliche Intelligenz Kunst und Design übernehmen kann, sollten wir uns mit der Kunst des Prompts beschäftigen. Meiner Meinung nach ist ein richtiger Prompt Kunst. Ein Prompt, nachdem Dali zwei etwas malt, was stimmig ist, gut aussieht und das, was du dir vorgestellt hast. Oft generiert das Modell Müll, egal wie gut dein Prompt war. Oft aber generiert Dali zwei Müll, weil dein Prompt nicht gut war. Garbage in, garbage out. Als ich einen Roboter malen wollte, der einer geheimnisvollen Frau mit Brille Blumen gibt, musste ich den Prompt zigmal anpassen. Kein Bild kam heraus, das dem entsprach, was ich haben wollte. Vieles war schlecht gemalt, nicht so hübsch komponiert oder ein zu grober Kitsch. Manchmal sah es so aus, als ob die Frau dem Roboter Blumen reichte, statt der Roboter der Frau. Außerdem verpasste Dali zwei nicht nur der Frau eine Brille, sondern auch dem Roboter. Oder nur dem Roboter, obwohl ich nur die Frau mit Brille haben wollte. Nach Stunden Arbeit und viel ausgegebenem Geld für Dali zwei Credits schenkte mir das Modell endlich ein einfaches Bild, das mir gefiel. Zwar trug auch hier der Roboter eine Brille und Haare noch dazu, aber immerhin das Bild gefiel mir. Auch daran erkennt man den richtigen Kreator des Duos Mensch-Maschine. Der Kreator ist der Mensch. Auf den Bildern rechts seht ihr nur einige Versuche von Dali zwei, die zwei am Anfang gezeigten Bilder eines Roboters am Grab der Kunst erzeugen zu lassen. Und um auf den Grabstein eines generierten Grabbildes mit dem Roboter von Dali zwei die Inschrift Art schreiben zu lassen, muss man zusätzlich arbeiten. So wie ein Künstler oder Designer alle Bilder von Dali zwei in Grafikprogrammen nacharbeiten muss, die mit menschlichen Bildern konkurrieren sollen. Viele Sachen und Konzepte auf Dalis Bildern sind nicht stimmig. Wir haben schon gesehen, dass Dali zwei seine Probleme hat, Texte zu erzeugen. Wenn man auf einem Bild von Dali zwei einen Text haben will, sollte man es mit Photoshop machen. Bei einem einfachen Prompt, ein Roboter steht am Grab der Kunst, malt Dali zwei solche Bilder. Doch ich wollte alle Bilder dieses Videos von Dali zwei generieren lassen, nicht mit Photoshop machen. Die Dali zwei Epi bietet zwei zusätzliche Funktionen an, In-Painting und Out-Painting. So versuchte ich mit der In-Painting-Funktion den Schriftzug Art in das linke Bild von Dali einmalen zu lassen. Das funktionierte noch einigermaßen mit der englischen Art, mit der deutschen In-Schrift Kunst aber nicht mehr. Noch längere Textstücke kann man hier ganz vergessen. Open AI CEO Sam Altman twitterte, dass Prompts für Dali zwei besser funktionieren, wenn sie länger und detaillierter sind. Was soll Dali zwei malen und wie soll es das malen? Ich habe aber auch eine sehr gute Erfahrung mit kurzen Prompts. Zu viele Konzepte verwirren Dali zwei manchmal. Dann erzeugt es eben Roboter mit Brillen und Haaren. Hier kann man aber viel mit der Variations-Funktion der Dali zwei Epi erreichen. Man pickt sich das beste Bild ohne Roboter mit Brillen und Haaren heraus und lässt das Bild weiter variieren. Die Kunst des Prompts sollte man auf jeden Fall lernen, bevor man viel Geld für Kredits verschwendet. Im Netz gibt es einige Anleitungen dafür, zum Beispiel Dali zwei Prompt Book von Guy Patterson auf der Dalerie Gallery Webseite. In diesem Abschnitt habe ich gezeigt, dass Dali zwei nicht allein kunstvoll aussehende Bilder generiert. Ohne einen guten Prompt gibt es kein gutes Bild. Meiner Meinung nach ist bei dieser Kooperation Mensch und Maschine ein originaler Prompt, der zum Ziel führt, die eigentliche kreative Arbeit. Deswegen bezeichnen manche diese Kunst als Prompt Poetry. Heute fragen wir uns, ob künstliche Intelligenz Kunst und Design übernehmen wird. Werden Text zu Bild Diffusionsmodelle aber schon jetzt in Kunst und Design praktisch eingesetzt? Sind sie nicht mehr nur eine Spielerei? Für den Einsatz von Text zu Bild Modellen in Kunst und Design gab es zahlreiche Beispiele bereits ein paar Wochen nach nach der Freigabe von My Journey Stable Diffusion und Dali zwei für die Öffentlichkeit. Den medial wirksamsten Einsatz von My Journey in der Kunst war im Sommer 2022 das Siegerbild von Jason Allen beim Kunstwettbewerb im Colorado, mit dem ich dieses Video eingeleitet habe. Allens Bild Teatre D'Opera Spatial stand am Ende des kreativen Prozesses von Allen, der sich als Werkzeug des Text zu Bild Modells My Journey bediente. Ohne Jason Allen hätte es kein Siegerbild gegeben. So wie Allen selbst sagt, künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug wie ein Pinsel. Ohne den Menschen gibt es keine kreative Kraft. Das siegreiche Bild stand am Ende von Allens wochenlanger Arbeit. Zuerst hat er mit neuen und neuen Variationen seines Anfangsprompts tausende Bilder von My Journey kreieren lassen. Bei jeder neuen Erstellung passte er seinen Prompt immer besser an. Er experimentierte mit immer neuen Einstellungen, Szenarien und Effekten. Er ließ Bilder in verschiedenen Stilen erzeugen. So ließ er das Modell von Bild zu Bild ein immer besseres Ergebnis erzeugen, das immer näher an seine künstlerische Absicht kam. Dank des kontrastiven Trainings können Text zu Bild Modelle mehrere Bilder zu einem Prompt kreieren. Anschließend kann man die Modelle anweisen, neue Variationen des besten Bildes zu erstellen. Solche kreativen Schleifen kann man endlos durchführen. Ganz am Schluss findet wieder ein menschlicher, kreativer Akt statt, das richtige Bild auszuwählen, das am besten die Jury und die Zuschauer anspricht. Die besten Bilder hat Alan mit Photoshop bearbeitet und verbessert. Mit einem anderen KI-Tool, Gigapixel AI, hat er die Qualität und den Kontrast seiner Bilder gesteigert. 80 Stunden solcher Arbeit hat er in das Bild investiert. War das ein Betrug? fragte The Washington Post in ihrem recht guten Artikel. Warum Betrug? Alan gab bei der Abgabe des Bildes beim Wettbewerb an, dass er das Bild mit Hilfe von My Journey kreiert hat. Doch nicht nur die Kunst wird heute von KI durchgewirbelt. Auch Design erfährt hier massive Veränderungen. Nur scheinen Designer mit den neuen Tools viel besser zurecht zu kommen als Künstler. In Design wird mit den neuen Text zu Bildmodellen bereits breit gespielt. So wollte ich selbst erfahren, ob ich mit DALI 2 etwas Schönes designen kann. Seit die Vampirsaga bis zum Morgengrauen von Stephanie Meyer erschien, wimmelte es in den Jugend- und Kinderbuchabteilungen der Buchhandlungen vor Vampiren und ihren Geschichten. Auch wenn mir dort Bücher mit Abenteuern der Wissenschaft lieber wären, will ich es den Vampiren etwas gemütlicher machen. Meinen Prompt, ein bequemer Stuhl für Graf Dracula in Form einer Erdbeere, interpretiert DALI 2 so. Ich weiß, dass ich mit dem Erdbeerstuhl für Graf Dracula keine große Innovation angestoßen habe. Andere Designer machen das mit Hilfe von DALI schon. Old Design Lab hat sich von DALI 2 bei der Entwicklung eines neuartigen Tennisschlägers helfen lassen. Hitegu ist in der Sprache von Lenape Menschen, der Ureinwohner der New Yorker Gegend, das Wort für Baum. Und tatsächlich zeigt der Griff des leichten und widerstandsfähigen Tennisschlägers eine baumähnliche Geflechtsstruktur. Solche Strukturen wurden den Old Design Lab Designern von DALI vorgeschlagen. Mit der eigenen 3D-Modellierung haben die Designer den Tennisschläger weiterentwickelt. Ist diese baumartige Geflechtsstruktur eigentlich nicht naheliegend? Ein solches Design spart Material und macht den Schläger fest. Hier begegnet sich gutes Design mit Deep Learning und Biophysik. Sehr schön finde ich das. Wie beantworte ich also die Frage dieses Videos? Wird künstliche Intelligenz Kunst und Design übernehmen? Nein. Meiner Meinung nach ersetzen Text-zu-Bild-Modelle wie DALI 2 oder eben My Journey nichtmenschliche Künstler und Designer. Sie erweitern ihre Fähigkeiten. Dass es für alle Deep Learning Modelle gilt, zieht sich wie ein roter Faden durch diese Videoreihe. Selbstverständlich werden Text-zu-Bild-Modelle immer besser sein. In einem Jahr werden wir über die Kreationen von neuen Text-zu-Bild-Modellen noch mehr begeistert sein als heute. Und manche Künstler werden diese Modelle noch mehr verteufeln. Doch ohne den menschlichen kreativen Beitrag werden diese Modelle meiner Meinung nach nie so funktionieren, dass sie ernsthaft die Arbeit der menschlichen Künstler und Designer bedrohen würden. KI-Kunst ist der Ausdruck der menschlichen Prompt Poetry und der menschlichen künstlerischen Absicht und Vollendung bzw. Nachbearbeitung des Kunstwerks. Doch sollte es tatsächlich anders kommen? Wenn KI-Modelle irgendwann entzückende Bilder malen können, ohne dass ein Mensch irgendeinen Impuls dafür geben würde, was ich nicht glaube, wird auch diese Kunst nicht unsere Kunst ersetzen. Diese nur um eine neue Kunstsparte bereichen. In Sachen Künstliche Intelligenz und Kunst prescht besonders der Blogger und Künstler Merzmensch vor, der im zivilen Leben Wladimir Alexeev heißt. Merzmensch sucht nach immer neuen Wegen in der KI-Kunst. Unermüdlich popularisiert er diese neue Kunstsparte, schreibt Blogbeiträge, ist sehr fleißig auf LinkedIn und kreiert mit Hilfe von Text-zu-Bild-Modellen wunderhübsche Bilder. Schaut euch den Blog von Merzmensch bei Medium an, es lohnt sich. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zertrümmerten Weber in England die luditen Maschinen, weil sie Angst um ihre Jobs hatten. Jetzt mit immer mehr Maschinen, Digitalisierung und Automatisierung gibt es auf der Welt so viele Jobs wie noch nie. Etwa 5 Milliarden. Aber Millionen Web- und Textilmaschinen sind auf der Welt im Einsatz. Möchten wir sie jetzt missen? Noch gut erinnere ich mich, als am Anfang der 1990er Jahre Poetry Slam nach Deutschland kam. Viele ältere Schriftsteller hielten Poetry Slam für die Mainstreamisierung der Literatur, für ihren Ausverkauf, für ihren Tod. Hat Poetry Slam zum Tod der Literatur geführt? Nein, Poetry Slam hat nur eine neue Sparte der Literatur etabliert, die Bühnenliteratur. Wie kann die Schlagzeile Tod der Kunst überhaupt stimmen, wenn am Ende eines solchen kreativen Prozesses mit Hilfe einer Maschine ein wunderhübsches Bild steht? So hübsch, dass es einen Kunstwettbewerb gewinnt. Haben wir wirklich Angst vor Schönheit? Noch nie habe ich so viele wunderbare Bilder geschaut und mir Gedanken über Kunststile gemacht, wie seit ich mit DALI zwei spiele. Das Internet ist voll davon. Instagram, Discord, Flickr. So geht es jetzt abertausenden Menschen auf der ganzen Welt. Wir malen Bilder mit Hilfe von Maschinen und lassen uns durch Bilder entzücken, die andere mit Hilfe von Maschinen gemalt haben. Dieses aktive Schauen ist ein großes Geschenk der KI-Forscher an die Menschheit. Denn von dem Schauen kommt das Staunen und von dem Staunen kommt die Freude. Vom Tod der Kunst kann keine Rede sein. Die Kunst erlebt heute eine Wiedergeburt. Sie kommt zu uns allen. Sie hängt nicht nur in den Galerien, wird nicht nur in den Kunstakademien unterrichtet. In einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk sagte Merzmensch, gerade weil jetzt so viele Werke im Netz entstehen, werden Menschen die handgeschaffene Kunst mehr wertschätzen. Keine Kunst wird die Kunst mehr aufwerten und nicht bedrohen. Könnt ihr euch vorstellen, wie Text zu Bild Deep Learning Modelle spielerisch Erziehung unserer Kinder zur Kreativität fördern können? Die Kunsterziehung. Man lernt am besten aktiv Learning by Doing. Medaille 2 kann ein Kind abenteuerreisen, in wunderhübschen Kunstlandschaften selbst erleben. Wie würde Vincent van Gogh eine Blumenwiese malen? Mies van der Rohe eine Kirche bauen? Was kann man sich unter dem sozialistischen Realismus vorstellen? Unter Kubismus, Jugendstil? Wie würde Caspar David Friedrich ein Auto malen? Wie mal der Illustrator Frank Frazetta einen Roboter auf dem Motorrad? Wie träumen Kinder von der Zukunft? So wäre die Schule wirklich ein Spiel. Schola ludus, wie es der Pädagoge Comenius schon im 17. Jahrhundert forderte. Wenn Kinder kreativ und innovativ ihre Schulzeit verbringen, werden sie die Welt und auch die Kunst kreativ ändern, sie besser machen. Die Kunst ist nicht tot. Die Kunst lebt. Mehr denn je. Und sie wird weiterleben um einen Kunstbereich bereichert, um KI-Kunst, die von KI trotzdem nicht allein kreiert werden kann. Wie ich in diesem Video oft zeigte, hinter jedem KI-Kunstwerk steht ein kreativer Mensch. Und so geht die Reise weiter. Menschen entwickeln neue und neue Werkzeuge, auch KI-Werkzeuge. Und andere kreative Menschen, Künstlerinnen, Grafikerinnen und Designerinnen, setzen diese Werkzeuge in ihrer Arbeit ein. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erweitern sie die Möglichkeiten der Kunst und des Designs. Werke entstehen, die ohne diese neuen Hilfsmittel undenkbar wären. Sicher werden Kunst und Kreativität auch ohne KI-Werkzeuge weiter bestehen, denn Kunst und Kreativität sind urmenschliche Eigenschaften. Keine Eigenschaften von Maschinen, kreative Menschen aber, die sich der neuen Werkzeuge bedienen, werden einen Schritt weiter gehen als diejenigen, die den Einsatz von KI ablehnen. Sie werden die Möglichkeiten der Kunst und des Designs massiv erweitern und neue Impulse hineinbringen. So wie Jan van Eyck und andere flämische Maler im 14. Jahrhundert die Möglichkeiten der Malerei erweitert haben, indem sie anfingen Ölfarben zu verwenden und weiterzuentwickeln, statt der bis dahin üblichen Eitempera aus wasserverdünntem Eigelb als Bindemittel und Pigment. Bleibt also ruhig kreativ. Noch nie hat es solche Möglichkeiten gegeben, kreativ zu sein wie heute. Wir sind am Ende dieses Videos angelangt. Seine Frage versuchte ich zu beantworten. Seht ihr es wie ich? Künstliche Intelligenz wird Kunst und Design nicht übernehmen. Künstliche Intelligenz wird Kunst und Design bereichern. Wenn ihr tiefer in Künstliche Intelligenz und Data Science tauchen wollt, begrüßen wir euch gern an der SRH Fernhochschule. Die Welt ist voller Wunder und die Wissenschaft die Poesie der Realität. Wir sind Forschungsreisenden von heute. Seefahrer auf Routen durch unerforschte Welten. Denkt dran unseren KI-Krimi-Kanal zu abonnieren. Bis wir uns bei der nächsten spannenden Folge wiedersehen, wünsche ich euch viel Spaß mit Deep Learning. Die einzelnen T und I sind die Victor... Victor... Entschuldige. Nochmal. Die einzelnen T und I sind die... Entschuldige, ich muss nochmal... Den unaussprechlichen Prompt... Entschuldigung, ich muss trainieren. Die Welt ist bei allenemЛ Olsen und ihrer Zeit�ness. Die Welt ist aufgebogenic. Bild, die Welt ist als